Willkommen zurück zu meinem Let's Play Stellaris hier in Oduswelt bei den Klacknack-Prag. Diesen wundervollen und süßen spinnigen Wesen, die die Galaxie erobern wollen. Ihr seht, wir sind schon etwas größer geworden. Wir haben unsere vierte Kolonie das letzte Mal gegründet. Die ist gerade dabei, irgendwie groß zu werden. Unser Konstruktionsschiff ist hier auch zu Gange. Wir werden dann am Ende wiederum keine Energie haben, aber naja, was soll's. Da kann man jetzt auch nichts machen. Hauptsache wir haben genügend zu essen. Die Science-Ships werden bedient. Unsere Flotte wird etwas stärker. Wir haben jetzt schon einen Destroyer. Mal schauen, ob wir vielleicht noch einen zweiten bauen. mit Klacksnackstrap. Vielleicht sollten wir auch hier... Achso, nein, da wollte ich warten. Für Covet-Assembly-Yard ist jetzt nicht unbedingt das, was ich will. Ich will die Destroyer-Assembly-Yard, damit wir die Destroyer schneller und besser bauen können. Und dann werden wir aber Destroyer-Bahn ein paar bauen. Na gut. Sonst können wir zur Zeit noch nichts dort reinbauen. Machen wir mal Pause weg. Und geben wir ein bisschen Gas. Und schauen wir mal, was passiert. Im Norden haben wir... Im Norden ist gut. Also da diese Dunkelblauen hier, das sind Aliens, die circa von der Entwicklungsstufe wie wir sind. Ein bisschen stärker dürften sie sein, weil sie ein bisschen größer sind. Also dürften schneller größer geworden sein. Wir haben hier allerdings eine Fraktion innerhalb ihres Reiches, die so ausschaut, als wollte sie sich abspalten. Das sind diese Aliens, die wir hier schon mal gefunden haben, relativ früh. Okay, was haben wir hier gefunden? A vessel of some kind has crashed into the surface of this asteroid wreckage from the craft can still be found within the impact. Ja, ein fatal risk von 55%. Due to the scientist's skill level being lower than the animal level, we get an increased risk of 25%. Das ist auch deswegen. Das ist unser neuer Scientist. Na gut, der wird das jetzt wohl in Frieden lassen, derweil. Und wenn sie eine Stufe gestiegen ist, das ist sicher eine Sie. Oder? Die ist Archäologin. Eigentlich müsste die... Der hat nur eine 7%ige, aber der... Ah, wobei, der müsste eh gleich in der Nähe auch sein. Schauen wir mal. Stimmt, der ist wirklich gleich in der Nähe. Machen wir halt das fertig. Survey System. Ah. Und dann... Ach ja, researchen wir das. Und dann machen wir hier Survey System. Survey System. Service System. Ach Gott, nein. Ich bin so dumm. Ich erwische immer die... Ich nehme immer die falschen. Und dann hier noch Survey System. So. Hätten wir das. Der fliegt jetzt ein Dreieck. Ist ja egal. Das kostet zwar ein wenig Zeit, aber so viel ist das jetzt auch wieder nicht. Hier heraus scheint wirklich niemand mehr zu sein. Also dieser Arm hier dürfte uns gehören. Also ich habe da zumindest niemanden mehr gesehen. Das wäre sehr interessant. Ja, äh, dieser Fraktion hier haben wir schon angeboten, dass wir ihnen helfen würden, falls sie sich... Ähm, falls sie sich abspalten wollen. Hey, Border Range plus 20%. Das wird zwar meinen Konflikt mit meinen Nachbarn etwas vergrößern, aber vielleicht kriege ich dadurch da die Planeten schneller rein. Machen wir dann New Research. Hm, das machen wir als nächstes. Monument to Purify. Das macht die Happiness größer. Das ist vor allem mit den weit entfernten Gebieten vielleicht nicht so schlecht. Naval Capacity plus 10%. Oh, wir haben eine Naval Capacity. Ah, 35 und derzeit haben wir 14. Na gut. Das brauchen wir noch nicht so bald. Filtrum Dust plus 20% Food. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Das Monument of Purity. Da kriegen wir zwar einen Vorteil durch den Forscher. Um ehrlich zu sein, ich glaube plus 20% Food wäre nicht schlecht. Wer weiß, ob wir das überhaupt in unserem Gebiet haben. Das Zeug wäre schon interessant. Das ist die Anomalie. System Survey. Passt. Research Complete. Research Complete. Hm. Ah, warte mal. Pause. So, was ist das Klagnagprag Science Collective und Fax Klanger Pact? Our Trade Treaty with Fax Klanger Pact has timed out. We traded Active Sensor Link. They traded nothing. Hm, vielleicht könnten wir aber jetzt... Ganz kurz, Freunde. Ich muss mal kurz weg. Ganz kurz, bitte. zombierisch. Das macht Mike 2асть hack? Под ehemal arm das Jahr. Alle Ver раньше's zugeben. Ja. ich mache auf Postleitstelle und wir geben Packern entgegen. Gut, wo waren wir? Ach ja, wartet mal, wir haben da eine Forschung fertig. Engineering Facility 1. Na, nicht schlecht. Machen wir eine neue Research. Defense Station, das klingt gut. Außerdem ist es Voidcraft und wir haben einen Voidcraft Typen, aber der bringt plus 10% überall. Das heißt, wir könnten den hierher geben, den Voidcraft Typen hierher. Das ist keine schlechte Idee und der macht mal Pause. Defense Station, was kann das? New construction methods will allow for the construction of even larger military stations in depths of space. Mal schauen. Und was kann das? Destroyer Assembly Yards. Ach so, das ist das, was wir wollten. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber Defense Station klingt so cool. Ich habe keine Ahnung, was das alles macht. Das macht mehr Weapon Damage und mehr Howl Points. Machen wir die Defense Station. Das klingt einfach so super cool. Da setzen wir Lobuk Wartinaka ein. Der kriegt nämlich plus 21%. Dann setzen wir hier unseren super gescheiten Scientist ein, der dieses komische Ding hat. Der kriegt 17% und damit haben wir, haben wir wieder etwas mehr Forschungsgeschwindigkeit. Boah, das ist ein super cooles System, finde ich. Das mit den, äh, mit den Forschern, die die einzelnen Dinge erforschen. Dadurch kann man da tatsächlich einige Sachen machen, die recht praktisch sind. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, was haben wir da noch? Ah, Trade Duration ist aus. Gut, das heißt, wir werden da versuchen... Ah, wo sind die? Ah, Facts Klanger. Das sind diese komische... Das sind die... Die, die wir eh entdeckt haben. Das sind die, die wir eh entdeckt haben. Aber alles andere ist gleich circa. Das heißt, so gut sind die gar nicht. Eine Fleet können wir auch noch schnell aufbauen. Hey, das ist eine Militär. Ich hund da eigentlich sogar schauen. Auf a Trade Deal. Was hältst du davon, wenn wir... Strategic Resources traden wir schon. Ach, warte mal. Kriege ich denn schon deine Informationen? Wenn wir das machen... Ich gebe euch meine, ihr gebt uns eure. Hä? 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 Okay, was, wenn wir euch noch ein paar Mineralien geben? Na, 100 ist so gar viel. Wir geben genau so viel, dass wir drauf plus 1 sind. Finde ich gut. Dann haben wir einen netten Deal. Ihr könnt so tun, als hättet ihr gewonnen bei dem Deal, weil ihr ein bisschen mehr kriegt, sondern in Wirklichkeit ist das wurscht. Diese 17 Mineralien habe ich in ein paar Tagen erwirtschaftet. Confirmed. Und wir kriegen eure Sensor Links. Das heißt, wir sehen, was ihr seht. Und das wäre schon sehr gut. Und ihr seht, was wir sehen. Hm, das ist nicht so gut. Ah, warte mal. Aber diese Sensor Links kriegt ihr eh schon meine Mist. Äh, kriegen wir eh schon eure wegen dem Teams, wegen der Mineralien, die wir da traden. Na gut. Hm. Is this a padding trade deal part of some sort of insane bargaining strategy you have devised? Do not bother us with such nonsense again. Was? War das jetzt eine, war das jetzt ein Dings, war das jetzt eine Absage oder eine Zusage? Okay. Haben sie uns jetzt abgesagt oder nicht? Äh, vielleicht, warte mal, jetzt müssten wir eigentlich was sehen können, oder? Sehen wir, ob wir da einen Trade haben. Ja. Has deals with irgendwas. Kann ich mir meine Deals anschauen? Ich will mir die ganz gerne anschauen. Kann ich mir da mal meine Deals anschauen? Irgendwie müsste das doch funktionieren, oder? Wir könnten sie insulten. Auf dem Migration Treaty? Nö. Auf dem Migration Treaty? Nö. Äh. Nein. Das wollte ich nicht sehen. Ich würde ganz gerne die Deals sehen, die wir haben. Gibt's das? Ah. Wo finde ich denn das? Keine Ahnung, wo man das findet. Also, wenn das jemand weiß von euch, dann soll er mir's posten. Irgendwo gibt's das sicher, dass man sich das anschauen kann. Naja, gut. Was soll's? Ist doch wurscht. Ich sehe auf jeden Fall, was sie tun. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass wir vorher schon einen Deal hatten. Ja. Das klingt nicht gut. Leader died. Nein. Welcher denn? Der Scientist Inax Sankikin has died. Hm. Heißt das? Wartet's mal. Wir haben irgendein Forschungsprojekt, das nicht mehr läuft? Nö. Heißt das, irgendein Schiff hat keinen Leader? Nein. Heißt das, es ist genau dieser Scientist gestorben, der gerade auf Pause war? Ja. Schaut fast so aus. Hm. Recruiten wir doch gleich noch einen. Hm. Hm. Diese Sachen da sind eh nicht einmal so schlecht. Hm. 47. Ja, da nehmen wir natürlich den Jüngeren von denen. Wir Recruiten den mal. Wir werden also die brauchen. So. Irgendeiner ist gestiegen außerdem. Engineering. Ah. Unser Gouverneur. Yes. Sehr gut. Ah. Achso. Hm. Excellent. Ah. After identifying a anomaly in gravity valve bla bla bla. Hm. Okay. Excellent. Okay. Okay. Here research is complete. Hm. Energy storage plus 500 fusion reactor fusion. klingt gut. New research. Schauen wir mal was wir da noch haben. Oh. Map the stars. Was ist das? This attic pushes for further galactic exploration to bring light to the darkness and find what wonders live beyond. Survey speed plus 25% anomaly discovery plus 10% chance. Gar nicht einmal so schlecht. Jetzt am Anfang noch. Hm. Mining drone laser. Und da haben wir eine Ressource. 15% shield hit points. Na gut. Hm. Gold fusion reactor. Kalte fusion. Ha. Glauben die tatsächlich noch daran? The ability to sustain a fusion reaction bla 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 bla. Ah. Das ist für Schiff. Hm. Basic combat roles. Ich weiß nicht. Das bringt alles irgendwie nicht so was großartiges. Hm. Machen wir vielleicht die Sentinel Point Defense. Wir sollten unsere Shiffey verbessern. Das macht unsere Verteidigung stärker. Hm. Was auch immer. Hm. Okay. Ah. Jetzt sterben einer nach dem anderen von diesen Scientists. Xaspec Omlatica. Das ist nicht gut. Das war der Dings. Das war der. Ah. Unser erster. Hm. Recruiten wir ja mal jemanden. Nein. Gibt es da auch irgendjemanden. Der einen Vorteil bei Erforschungen hat. Schaut nicht so aus. Was haben wir da? Gut. Der ist schon auf dem anderen Schiff. Hm. 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 Research Speed plus 5 Prozent. Na die sind nur gut als Forscher. Hm. Ärgerlich. Musste diese Spinne sterben? Offensichtlich. Wenn wir den da mal einsetzen. Wenn wir den mal einsetzen. Ist wurscht. Der ist auch nicht schlechter als die, die wir uns zulegen können. Und der kann auch mal Erfahrung dadurch gewinnen, dass da eingesetzt wird. Und mit etwas Glück. Mit etwas Glück. Achso. Hm. Durch das, dass der Forscher nicht mehr da war. Haben wir jetzt. Da keine Aufträge mehr. Ja. System. Gut. Hast. Hm. Okay. Die haben da irgendwelche Gegner, die da rumfliegen. Die sie angreifen. Ein Scientist ist gestiegen. Sehr gut, dass du gestiegen bist. Die brauchen wir eh. Weil für die Forschungsschiffe haben wir jetzt überhaupt keinen gescheiten Scientist mehr. Du bist jetzt der Scientist schlechthin. Und durch das, dass du Level 2 jetzt bist und einen Minus 25 Prozent Anomaly Favourites hast, ist das schon mal ganz okay. Okay. So. Construction complete. Also Konstruktionsschiff. Was machen wir als nächstes? Ah, da haben wir noch Gebiete, die drinnen sind. Schade. Irim wäre schön, wenn das drinnen wäre. Das hat ziemlich viel Energie. Hm. Was machen wir als nächstes? Und dann gehen wir da her. Dann fangen wir mal die Research Station. Und da als nächstes die Mining Stations. Und mit etwas Glück ist Irim dann in unserem, äh, Dings drinnen. Ah. Sehr gut. Solarpanel Network. Bauen wir als nächstes. Außerdem bauen wir gleich den Spaceport auf. Aus. So Level 3. So. Wie schaut es auf der Surface aus? Wir haben da erst den... Jemand ist noch gestiegen. Yay. Polfuki Loptika. Äh, Loptika. Wie schaut es auf der Surface aus? Juhu. Juhu. Ja. Der ist irgendwie unzufrieden. Das gefällt mir nicht. Warum ist der unzufrieden? Ah, Wild Storms. Deshalb. Das da können wir schon mal clearn. Das werden wir auch gleich machen. Anomaly found. Oh, noch eine Anomalie. Wie schaut das aus? 20%? Base Risk 20% ist Risk of Ernährung. Started going all the way with adverse effects. Warte mal. Ist der nicht irgendwie besser? Der hat doch Archäologie. Ah, verstehe. Das ist nichts Archäologisches, was wir da erforschen. Das ist ja ärgerlich. Hm. Ah, der braucht noch ewig, bis er zum dritten Level kommt. Hm, hm. Ah, researchen wir doch glatt. Ah, ok, das kann man uns nicht leisten. Das wegzutun. Mhm. 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 So, was haben wir gefunden? Swirling Shadows. Oh. Plus Sex. Social Science. Immense wrecked planes of shadow drift across Vidya Six's face. They are cast not by clouds, but by sheets. Ah, das hatten wir schon mal. Sehr cool. System survey complete. Ok, ist da irgendwas sinnvolles? Nö. Hm. Hm. Schaut auch nicht sonderlich interessant aus. Gibt's auch irgendwelche schönen bewohnbaren Planeten? Ist der Moskita das einzig halbwegs brauchbare, bewohnbare Ding in der Nähe noch? Ich meine, wir sollten es sowieso besiedeln, damit wir das zuschließen, ohne dass wir irgendwelche Stationen bauen müssen. Hey, Robo Quartinaka ist gestiegen. Sehr gut. Noch schneller die Forschung. Ok. Oh, das war jetzt nicht sonderlich interessant. Construction complete, das klingt schon interessanter. Hallo, sollst du das da auch machen? Achso. Hm. Da kriegen wir noch mehr von diesen Telda Kristallen. Die wir nicht brauchen, weil sie uns eh keiner abkauft. Vielleicht kaufen die sie uns ab. Das ist keine schlechte Idee. Coalition of Nureka. Of a trade deal. What's for strategic resources? Was könnte sie denn anbieten? Energy credits. Sagen wir einen monthly transfer. Oh, nein. Also, sagen wir nein. Sagen wir keinen monthly transfer. Dazu ist das aber zu wertvoll. Nein, du kannst doch nicht gern haben. Was war das? Revoke support? Nein. Wir supporten die schon. Das muss sein. Das würde nämlich die anderen schwächen. Unsere anderen Nachbarn. Und die sind eh schon so stark. Wenn sich die unabhängig erklären würden. So, was ist das da bitte? Frage ich mich gerade. Eine Space Whale. Eine Space Whale Cow, Space Whale Bull und Space Whale Calf. Hm. Ob die gefährlich sind? Auf jeden Fall fliegen sie da einfach rum. Im Weltall. Im Weltall. Und die da drüben wollen sowieso nichts von uns. Das ist so ein Ancient Empire. Ein Gefallenes. Das sind die Zentauri. Hö, hö. So, warte mal. Was war das? Okay. Na gut. So großartig ist das System jetzt auch nicht. Und weg ist das Spaceship. Ah, in Revark müsste es eigentlich... Müsste es eigentlich... Diese coole Sache geben. Gut. Construction. Herr Construction Ship. Was machen wir als nächstes? Das ist noch immer nicht drinnen. Schade. Na dann machen wir Elektra als nächstes. Machen wir zuerst die Research Stations oder die Mining Stations. Research Stations. Und dann... Machen wir die Mining Stations. Mh. Mh. So, dann sollten wir uns auch... Ah ja. Die Research sollten wir uns anschauen. 20% Food. Ah. Okay. Entschuldigung. So. Wir haben... Ah. Das sind lauter solche Sachen, was unser Forscher ganz gut kann. Biolab 2. Oh, das war der Biolab. Das ist schön. Hydroponische Farmen 2. Ist auch nicht schlecht. Frontier Clinic. Planet Unique. Das klingt... Das klingt auch gut. Maintenance und Ding. Planet Unique. Produces 2 Food. Planet Modifier. Habitability. Plus 5%. Das ist auch nicht schlecht. Uh. Die sind alle nicht schlecht. Hm. 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 Was machen wir da? Form Federation. Das klingt doch gut eigentlich. Anlows us to form a Federation with other Empires. Na. Das brauchen wir noch nicht. Außerdem. Wir sind xenophob. Wir hassen Föderationen. Naja. Wir sind ja nicht die Menschen. Hm. Machen wir mal das Billigste. Das geht am schnellsten. So. Wir könnten da eigentlich... Das wäre vielleicht gar nicht einmal so dumm. Anstatt ihn. Ihn einsetzen. Äh. Ja. Und dafür... ...einen Rewag. Schauen wir mal. Haben wir da jetzt einen besseren? Nein. Dafür einen Rewag. Ihn einsetzen. eine stufe höher dadurch ist zwar ein bisschen die forschung langsamer jetzt aber nicht sehr viel und der ist gut für all die ganzen sachen die da jetzt kommen der kann erfahrung gewinnen auf jeden fall und der andere ist schon level 2 also dann haben wir schon eingeteilt migrating forests das klingt nicht gut the surface of satna truck is covered in lush forests with massive tree analogs rising hundreds of meters into the air okay interestingly our colonists have found that nearly all of the floor is mobile to various degrees forests stretching for miles will slowly migrate to new areas rich in nutrients in a cycle that seems tied to the planets orbit oh unfortunately this is seriously hampered our efforts to develop the colonis infrastructure the migrating trees frequently cut power lines while smashing our buildings and roads into rubble we need to find a solution das bin ich auch dafür das mag ich nämlich nicht wenn irgendwelche bäume meine meine sachen kaputt machen studying migrating oh haha das ist cool es gibt wieder die zwei möglichkeiten entweder studying oder burning migrating forests wir können sie entweder killen 置end oder studien – oder studien – oder studien –isses oder studien – puedan2000 auf топor machen oder Fleischstahanize determinieren wir uns wissen ein paar Kriseヒôleibitionen das prevalent wird anulsions from the planet's surface das ist nett das ist echt nett naja wir sind Forscher haben wir gesagt, also wir verbrennen nichts wir machen das wir schauen ob wir eine andere Lösung finden niederbrennen können wir noch immer aber wenn es mal brennt, brennt es die Society hätte ich ganz gerne weiter gemacht naja wurscht, soll es sein die Techniker können dann irgendwelche Waffen bauen stattdessen in 13 Monaten sind wir da eh fertig gut, Herrschaften wir haben wieder eine halbe Stunde um das heißt an dieser Stelle werden wir wieder Schluss machen und ich wünsche euch einen schönen guten Abend schlaft gut und träumt was Schönes bis dann